Eine Schüssel haben wir noch. Da. Oh, da müssen wir auch gegen die anderen Kampfleufer kämpfen, wahrscheinlich. Schauen wir mal. Gucken, ob die Schüssel von Weitem schon erledigen kann. Okay, die sind alle weg. So, jetzt nochmal die Schüssel probieren. Na, jetzt. Ganz viel Reichweite oder kriege ich den einfach noch nicht? Du meinst. Jetzt? Ach, jetzt muss ich wieder warten. Bis die Waffe geladen ist. Jetzt. Wie kein Ziel Reichweite. Doch, jetzt nochmal. Schauen wir mal. Ach, jetzt habe ich den da angegriffen. Äh, warum schießt ihr die Waffe nicht ab? So, jetzt. Geht doch. So, jetzt das Ding. Geht doch. So, die Denten brauche ich nicht. Jetzt mache ich jetzt mal den normalen Part weiter. Wo muss ich eigentlich hier nämlich schon die Karte aufmachen. Ich muss, ich muss da lang. Echt? Ich muss da lang? Guck mal, ob sie so vorbeilaufen. Ich glaube nicht, ob sie dann einfach so vorbeilaufen. Ich glaube ich nicht. Man kann das Ding auch nirgends reparieren oder so, nicht? Damit komme ich dann nicht mehr bis zum Ziel hin. Dann bauen wir mal weiter. Mit diesen komischen Kampfslässer. Feindliche Verstärkung nähert sich vom Westen. Ich werde nicht seitern. Na toll. Was war das denn gewesen jetzt hier? Also den Kampfläufer schaffe ich nicht. Der macht mich eher platt. Kein Ziel in Reichweite. Selbstreparatur. Ja, man sollte doch mal alles ausprobieren, ne? Selbstreparatur. Sehr schön. Geht doch. Ihr werdet bestraft. Na guck mal, das ist doch schon eine schöne Bombe am Morgen gewesen. Guck mal, die anderen interessiert das gar nicht. Erstmal diesen Kampfläufer vielleicht angreifen. Ah, ich schieße schon auf mich hier. Und drinnen. Ich erwarte dein frostiges Karbonik-Grab. Okay. Okay. Genau, die wollte ich schießen. So. Reparieren. Was will der denn da? Jetzt reparieren. Also dieser Part gefällt mir auch sehr gut, muss ich schon sagen. Kein Ziel in Reichweite. Dass er deswegen trotzdem so tut, als wenn er abschießen wollte, würde. Jetzt dauert es wieder 15 Sekunden, bis es wieder aktiv ist. Das ist scheiße. Gerechtigkeit für Valkurion! Ja, Gerechtigkeit! Gerechtigkeit! Statusbericht! Mandalorianische Verstärkung ist auf dem Weg zu Beivan! Mir war klar, dass du dir den Spaß nicht entgehen lässt. Dafür leben wir. Keine Chance, dass wir das aussetzen. Meine Schüler und ich wollten die Gravestone verteidigen. Die feindliche Artillerie hat unseren Fortschritt verlangsamt. Ich kümmere mich darum. Ogorup hat mir ein paar Spielzeuge gegeben, um ihre großen Kanonen auszuschalten. Hinter feindlichen Linien ist es gefährlich. Pass auf dich auf. Entspannt euch. Sie werden nicht mal merken, dass ich da bin. Wenn wir den Feind hinterrücks angreifen, könnten wir der Gravestone etwas Zeit verschaffen. Ja, dann schauen wir mal, wie wir da jetzt Zeit verschaffen können. Wir sind wieder zu Fuß unterwegs. Gefällt mir irgendwie besser zu Fuß. Das ist so eine Kiste da. Da ist noch einer. Oh, erledigt. Weiter. Wir sind gleich in der Basis. Dachstummen jetzt. Dachstummen jetzt. Oh, ich möchte das... Oh. Oh. Beeilung, wir dürfen die Gravestone nicht verlieren. Ist mir klar, ich beeil mich ja. So, alles reparieren, weiter. Der muss weg. Ich kümmere mich um euch. Da ist noch einer. Weiter. So, wir müssen Gas geben hier jetzt hier. Oh, hängen wir fest. Der Feind hat unsere Linie durchbrochen. Sie versuchen die Gravestone zu stehlen. Jetzt müssen wir es beeilen. Usenia und ich sind in der Nähe. Wir lassen nicht zu, dass sie das Schiff kriegen. So, wir müssen das Schiff kriegen. Arkan und ich sind bei der Gravestone. Willkommen zurück im Land der Lebenden, Senja. Es ist schön, wieder hier zu sein. Und jetzt kann ich mich bei euch für alles bedanken, was ihr für mich und Arkan getan habt. Es wird Zeit, dass wir unsere Schuld begleichen. Vorsicht! Wir haben ungeladene Gäste. Haltet durch. Lana und ich sind unterwegs. Wir müssen uns beeilen. Ohne die Gravestone ist der Kampf bereits verloren. Ja, das stimmt. Ein kleines Stückchen müssen wir noch laufen. Hier sieht ja ganz schön was los. Ich muss mal eben schauen, wie weit das noch weg ist. Wir sind fast an der Gravestone angelangt. Seht ihr das? Da ist die Gravestone. Okay. Ich sag mal so, wir nehmen uns hier noch die Uhr noch mal vor. Ohne den Fache. Wie war's? Ohne den Fache. Hey! Hey! So, da ist noch einer. So, hier sind wir jetzt angelangt. So Leute, ich mache jetzt hier Feierabend, weil ich muss noch auf der anderen Seite aufnehmen. Und, ähm, ja, ich hoffe, es hat euch bis jetzt hier ein bisschen gefallen. Und, ähm, ich sag mal dann erstmal wieder ein Auf Wiedersehen, bis es wieder heißt hier Night of the Eternal Throne. Auf Wiedersehen, Tschüss.